Servus Leute, hier ist euer DüzyBS mit einem brandneuen Video und eigentlich kann man es schon gar nicht mehr Video nennen, weil ich möchte eine neue Serie starten und die Serie nennt sich Road to Life Nuke und ich bin gespannt was ich schaffe diese Runde und so es aussieht mit mir. Puh, knappe Biste. Ja genau, das ist Scheißdreck hier. Genauso, ich mache es auch immer, ich bin Level 90, setze mich in die Ecke und warte bis einer entlangläuft. Na ja, was soll ich machen? Auf jeden Fall, wie sie die Serie schon nennt, sie heißt Road to Life Nuke und ich werde versuchen eine Nuke in Modern Combat 3 live zu spielen und dabei nicht ganz so krass abzukacken. So, erstmal den dreckigen Camper holen. Dann gleich nochmal holen. Satellite stand in! Satellite is now available. So muss das laufen, ganz ehrlich. So muss das laufen, ganz ehrlich. So wird es dann schweres Ballen und Rape zu betreiben. Wo ist denn die hin? Komm! Wow! Ich wollte schon sagen, lernt Hubskill, aber naja, was machen wir mal. Ich hatte insgesamt vorher, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich hatte extreme Aufnahmeschw... Was war da los? Wieso treffe ich die nicht? Aufnahmeschwähigkeiten. Immer hat irgendwas gefehlt und... Was? Das ist nicht umgefallen. So. Theoretisch darf ich eigentlich schon nicht mehr sterben. Sonst schaffe ich es schon gar nicht mehr. Noll, der war noch gerade. Das ist der Kugel! Schnell rüber laufen. Ich hoffe, dass keiner kommt. Wir sind bei 7 soweit, ich weiß, oder 8. Ich hab nicht aufgepasst, wenn ich eigentlich bin. Ich weiß, dass hier irgendwann da ist. Oh, ich bin schon heute da. Ich bin schon heute. Ich bin schon heute. Coole Sache. Boah. Boah. Kein Gegenwaffer. Scheiße. Da geht der mir die Käse weg. Kann ich es schaffen. Nein, nein, nein! Nein! So unnötig! Was ist das denn lecker? Boah, das ärgert mich immer noch. Ja, leider dauert das Spiel nicht so lange, sodass die Nuke unmöglich ist. Ja, leider dauert das Spiel nicht so lange, sodass die Nuke unmöglich ist. Und ich könnte mich immer noch halbtot ärgern. Naja, aber wir sind durchgerusht, 30 zu 3. Ist, glaube ich, kein schlechter Score, einfach mal so für ein Live-Kommentary. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wenn euch die Serie gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Und schreibt mir das rein, was ihr von meiner Idee haltet. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin haltet ihr unseren Chef. Servus! Da, sind die Serie von der VJ. Nichts vizist! Dann geht das mit dem迫害. Ja, jetzt.